Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Nachmittag in die Runde. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in diese neue Handelswoche. Ich sag ja jetzt mal, die Handelswoche beginnt ja jetzt erst wirklich. Europäer sind zurück. USA hat gestern schon gehandelt. Ansonsten guten Start in die neue Handelswoche bzw. auch in die Arbeitswoche. Wir traden momentan knapp unter 41.000 US-Dollar. Wir hatten gestern nochmal einen kleineren Pump, sag ich mal. Wenn man das so nennen darf, schauen wir uns das gleich nochmal ganz genau an. Ansonsten das CME-Gap wurde gefüllt. Und ich würde sagen, lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und kommt auch gerne in die Telegram-Gruppe. Der Link ist wie immer unten in den Kommentaren bzw. in der Videobeschreibung. Ansonsten würde ich sagen, legen wir los. Wie gesagt, momentan knapp unter 41.000 US-Dollar. Wir haben es noch nicht geschafft, ein höheres hochzubilden. Wir haben zwar diesen WIC hier drüben rausgenommen bei ungefähr 41.300 US-Dollar, aber keinen wirklichen Close drüber gehabt. Ihr seht, der WIC wurde sofort wieder abverkauft. Wichtig wäre es jetzt für mich, sag ich mal. Ein Close über 41.350 US-Dollar. Wirklich ein Close. Am besten ein 4-Stunden-Close darüber zu sehen. Was mir momentan hier nicht so gefällt. Wir hatten zwar hier ordentlich Volumen, sag ich mal, mit dieser Candle hier. Trotzdem denke ich, wenn wir jetzt mal ganz kurz in die kleineren Timeframes reingehen, vor allem in den 1-Stunden-Charts, seht ihr es hier, ist die Möglichkeit auf jeden Fall da, dass wir so eine Art auf ungefähr 39.600, 39.700 US-Dollar nochmal einen kleinen WIC nach unten hinsehen. Jetzt wird gleich wieder jeder schreien hier, oh, ein Bart-Simpson-Pattern. Es gibt kein Bart-Simpson-Pattern. Absoluter Unfug. Das ist einfach ein Void. Dieses Void wird meistens gefüllt. Deswegen 39.600 US-Dollar ist so eine Hausnummer. Und dann könnten wir, sag ich mal, ganz normal weiterhin nach oben hin steigen. Wäre auf jeden Fall wünschenswert, dass wir dieses Void wieder nach unten hin füllen. Die Ineffizienz wird wieder ausgebügelt und wir können weiter nach oben hin steigen. Ansonsten habe ich ja noch gesagt, die 37.000 US-Dollar sind weiterhin möglich. Wir haben eine kurze Handelswoche, sag ich jetzt mal. Ich möchte es weiterhin nicht ausschließen. Also diese 37.000 US-Dollar, ihr wisst, ich habe ja noch einen Trade offen bei ungefähr 42.500 US-Dollar. Also der ist auch weiterhin offen. Das ist auch so eine Marke, die noch relativ interessant werden wird, weil wir hier oben auch nochmal eine kleine 4-Stunden-Supply-Zone haben und darüber gleich die nächste. Also ihr seht, da kommt schon noch eine Menge Widerstand rein, auch bei diesen 42.500 US-Dollar. Wir würden damit auch bis ungefähr 43.500 diese zwei Voids schließen. Ist auch noch eine Möglichkeit. Und dann könnten wir immer noch auf 37.000. Also ich habe so meinen Stop-Loss auf jeden Fall noch ein bisschen tiefer. Ich werde mir die Position nach unten hin weiterhin aufbauen. Ansonsten war ein guter Entry hier. Wahrscheinlich unser Golden Pocket, wo wir jetzt lange genug rumgebounced sind. Wir hatten hier unten nochmal diesen kleinen Wig auf ungefähr 38.400 US-Dollar. Daraufhin eine Bullish Divergence gebildet. Plus nochmal die Stop-Losses, die hier unter diesem Golden Pocket lagen. Einfach nochmal gekillt. Wir hatten keinen Daily Close unter diesem Monat S1. Auch ein gutes Zeichen schon mal. Also es sieht momentan wirklich alles noch relativ gut aus. Wir müssen hier keine Panik schieben oder sonstiges. Trotzdem 37k, möchte ich euch darauf vorbereiten, ist weiterhin ein Ding, was auf jeden Fall möglich ist. Kurzfristig wichtig, 41.300 US-Dollar. 4 Stunden Close wäre wichtig. Danach machen wir Step-by-Step 42k, 42.500 und die 43.500, wo wir dann hier oben dann, sag ich mal, wieder anlangen würden beim 200er SMA und 200er EMA liegen hier oben auch in der Nähe. Das werden dann die entscheidenden Zonen, sag ich mal, weil dann auch hier ein höheres Hoch gebildet werden würde. Ansonsten weiterhin klarer Downtrend. Wir bilden tiefere Tiefs, wir bilden tiefere Hochs. Weiterhin Downtrend erst einmal, zumindest in den kleineren Timeframes, übergeordnet. Zählt weiterhin. Wir sind in einem Abtrend, solange diese Linie hier bei ungefähr 37.000 US-Dollar nicht gebrochen wird. Und darunter sieht es auch noch nicht übel aus. Also keine Panik verbreiten. Kurzfristig 39.600 ist eine Möglichkeit. Ansonsten 37k, worst case momentan. Momentan eher in die bullische Richtung, sobald wir hier wirklich diesen 4 Stunden Close drüber gehen, könnten wir auf jeden Fall ein kleines Pümpchen, sag ich mal, nach oben hin sehen. Aber 37 nicht ausgeschlossen. Soviel zu Bitcoin. Gehen wir gleich zu Ethereum rüber. Ziehen wir mal ein bisschen das Ding hier auseinander. 4 Stunden Chart auch hier. Kurzer Wig nochmal in unser Golden Pocket. Also auch hier, wer da das reingelegt hat, auf jeden Fall jetzt Stop-Loss Entry bzw. erste Gewinne nehmen. Wir sind jetzt hier an einem wichtigen Punkt. Der Monats-Pivot, wo wir nicht drüber gekommen sind, 200er EMA Rejection und der 200er SMA liegt hier auch oben in diesem Bereich. Dort haben wir auch nochmal unseren ehemaligen Support-Bereich plus eine neue 4 Stunden Supply-Zone, die hier bei ungefähr 3.180 US-Dollar liegt. Heißt für mich, auch hier ein 4 Stunden Close über der 3.070 US-Dollar-Marke, also über unserem Monats-Pivot, wäre extrem wichtig. 4 Stunden Close drüber, Pump in Richtung 3.170 US-Dollar. Und dann müssen wir die Situation neu bewerten, weil dann liegt direkt darüber nochmal das nächste Void, wo gefüllt werden möchte, bzw. die nächste 4 Stunden Supply-Zone hier oben. Also maximal Ziel momentan 3.300 US-Dollar, die ich sehe. Nach unten hin ist es nochmal möglich, dass wir auf jeden Fall nochmal in Richtung Golden Pocket gehen bei ungefähr 2.918 US-Dollar bis höchsten, sagen wir mal 2.950 US-Dollar. Weil wir einfach auf den, jetzt müssen wir mal in die kleineren Timeframes gucken, also hier sieht man es ganz gut, also der WIG geht bis ungefähr 2.940 US-Dollar. Das ist so die Zone, die ich auf jeden Fall mal im Auge behalten würde. Würde auch passen damit, wenn Bitcoin nochmal in Richtung der 39.600 US-Dollar-Marke geht. Können uns auch gleich nochmal dazu ein kleines FIP-Level dazulegen, also vom Low zum High. Und da können wir dann auch sehen, dass hier in diesem Bereich dann auch noch unser kleines Golden Pocket liegt. Aber würde ich jetzt nicht zu hoch bewerten, einfach weil es einfach zu kleiner Zeitanhalt ist. Deswegen trotzdem 2.940 US-Dollar, merkt es euch und dann schauen wir, ob wir da wirklich hinkommen. Ansonsten schauen wir uns ein paar Altcoins an. Cardano, gleiches Spiel, WIG nach unten, WIG nach oben hin gefüllt, alles gut. Also hier haben wir unseren Pump bzw. Dump schon wieder hinter uns, gutes Zeichen. 4 Stunden bzw. wir gehen mal in den 4-Stunden-Chart. Sieht eigentlich relativ normal aus. Absolut kein Volumen, gefällt mir nicht. Wir sind wieder in unserem ehemaligen Trend hier unten im RSI, den ich jetzt auch nicht zu sehr gewichten würde. Wichtig ist, höheres Hoch mit einem 4-Stunden-Close bei ungefähr 0,996 US-Dollar-Cent. Das ist wichtig, 4-Stunden-Close drüber. Ansonsten weiter ein Downtrend, tiefere Tiefs, tiefere Hochs. Und kurzer WIG ist auch hier nochmal möglich. Wenn die Märkte nochmal ein bisschen abkacken, behalte den Bereich um 0,90 Dollar hier in diesem Bereich. Also diese Kerze könnte auch nochmal gefüllt werden mit ein bisschen Liquidität hier in diesem Bereich. Vielleicht 0,90 Dollar, bevor wir dann hier auch nochmal einen neuen Versuch nach oben hin starten. Weil wir auch hier unser Golden Pocket haben und das ist halt extrem wichtig, dass wir hier nachhaltig wieder drüber kommen. So, jetzt den Altkonstellaner haben wir uns ewig nicht mehr angeguckt. Auch hier mit etwas Verspätung, sag ich mal, sind wir hier unten reingekommen in unsere Kaufzone, sag ich mal, unsere wichtige ehemalige Widerstandszone, die wir mal angesprochen haben. Void hier drüben gefüllt, alles Bombe, gefällt mir richtig gut. Aber auch hier kleiner WIG nach unten, vor allem hier diese Bereiche um 99, also knapp unter 100 US-Dollar, nochmal wichtig. Hatten hier immer wieder Support, kurz die Stop-Losses nach unten hin, in dieses Void gekillt, gutes Zeichen. Und jetzt pendeln wir hier um die 4 Stunden neben Ribbons. Also, wie gesagt, das sieht überall momentan, egal welchen Altkonstellaner wir uns momentan angucken, kleiner WIG nach unten, ist auf jeden Fall nochmal wahrscheinlicher. Auch bei Bitcoin würde ich jetzt nicht zu bullish werten momentan, aber zu bearish momentan auch nicht. Also, es gibt nichts, wo wir jetzt extrem bearish sein sollten. Klar, wir sind in einem kleineren Downtrend, sorry, übergeordnet gilt einfach weiterhin dieser Abtrend. Und nach so einem Pump, auch hier bei Solana, ist es einfach normal, dass wir unsere Korrektur kriegen. Diese ehemaligen Voids füllen, ist einfach wichtig, um die Ineffizienz im Markt rauszunehmen. Und dann sieht es ganz gut aus. Schauen wir uns Luna an. Luna ist halt noch ein bisschen radikaler. Also, wir hatten ja hier drüber gesprochen, okay, die Möglichkeit besteht, wir nehmen hier dieses Tief raus. Genauso eingetroffen, danach gleich dieser Pump. Aber wir bilden halt jetzt auch durch diesen Riesenpump neue Voids. Gefällt mir ehrlich gesagt überhaupt nicht so gut. Auch auf den 1-Stunden-Charts sieht man es hier ganz deutlich. Also, vor allem dieser Bereich hier unten könnte nochmal angewickt werden bei ungefähr 80 US-Dollar. Also, ich möchte nicht beschreien, dass Luna hier gleich wieder extrem bullish wird. Sieht momentan nicht so danach aus. Auch, weil wir jetzt auf den 1-Stunden-Chart ein kleineres Doppeltop hier scheinen zu bilden. Aber nächster Support, sage ich mal, diese 84, 85 US-Dollar ist der erste Support. Tiefer ist dann nochmal die 78 bis 80 US-Dollar auf jeden Fall möglich. Gut, ganz zum Schluss noch. XRP, oh, wird heute wieder ein längeres Video. Auch XRP. Erst diesen Pump nach oben hin gehabt. Void gefüllt. Abgeschlossen. Gutes Zeichen. Denn hier hätten wir jetzt nochmal so einen kleinen Liquiditätsbereich, sage ich mal, der nochmal gefüllt werden könnte. Vor allem hier, ich sage mal, zwischen 0 Dollar, 75 bis 0 Dollar, 74 US-Dollar ist möglich. Auch, weil wir jetzt auch hier so ein hässliches Doppeltop im Endeffekt gebildet haben. Wir hatten diesen Pump nach oben bis 0,78 Dollar. Die Frage ist jetzt, entweder wir füllen jetzt diesen Pump hier nach oben hin noch und drehen da nochmal nach unten hin. Aber ich denke, dieser Bereich wird nochmal gefüllt, auch weil der 200er SMA hier zumindest auf einen 1-Stunden-Chart ist. Wir gehen mal ganz kurz auf einen 4-Stunden-Chart. Da sieht es nochmal ein bisschen deutlicher aus. Also da seht ihr auch diese Candle. Sehr gut möglich, dass wir hier nochmal runterkommen und dann damit die Korrektur auch dann abgeschlossen ist. Auch hier einfach mal zur Sicherheit können wir uns mal ganz kurz ein FIP-Level ziehen. Vom Punkt nach oben sehen wir auch. Es würde perfekt passen hier auch mit dem Golden Pocket. Also ihr seht so bei den Altcoins überall nochmal ein kleinerer Rücksetzer drin. Golden Pocket beachten. Vielleicht hier neue Long-Positionen eröffnen mit einem Stop-Loss natürlich unter 0,786er beziehungsweise unter dem letzten Low-Punkt. Und dann sieht es relativ gut aus. So, genug zu Charts. Schauen wir uns noch ganz kurz Cardano an. Also Irito, Grüße gehen raus an dich. Vor allem hier Cardano-News, interessant für dich. Cardalonia, das Cardano-Metaverse startet bald. Ja, Metaverse, ihr wisst, was ich davon halte. Sinnvoll, nicht sinnvoll. Kann man drüber schreiten, wer auf jeden Fall Cardano-Fan ist. Und den Artikel lesen möchte. Ich werde die neue Spende auch in Telegram-Gruppe posten. Ansonsten würde ich sagen, beenden wir das Video. Es ist lang genug geworden. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag, schönen, angenehmen Abend. Guckt nicht zu viel auf die Charts. Lasst den Video ein Like da. Abonniert den Kanal. Kommt gerne in die Gruppe rein. Und ich würde sagen, wir hören uns morgen Nachmittag wieder auf jeden Fall. Schönen Abend. Ciao, ciao. Stay Crypto.